Lustig, lustig, tralalalala, nur mit Kontaktformular. Schalömmchen, ihr Würze, und Corona-Partisanen von Party. Geil, oder? Okay, wo waren wir? Josef, Maria, schwanger mit Erlöser. Bald kommt der Impfstoff, Bäm, alles gut. Aber noch ward ihnen eine schwere Prüfung auferlegt, denn es gab viele Erlöserkandidaten und man wollte nicht einem Scharlatan huldigen. Doch Maria und Josef waren nicht Moderna oder Pfeißer, sondern nur ein kleines Start-up auf der Suche nach der Location für ihr Labor. So klopften sie des Nachts an eine Herberge. »Sieht«, rief Josef, »meine Frau ist in guter Hoffnung mit einem Impfstoff. Schaut nur ihre Augen. Strahlen sie nicht schön, die Dollarzeichen?« »Was er eigentlich sagen will«, unterbrach ihn Maria. »Habt ihr ein Zimmer frei? Wir haben echt schon hundert andere gefragt.« »Und so befiel an diesem Tag einer weiteren Gastronomen die weit verbreitete Plage, phonetische Depression mit akutem Zungenbruch, beim Versuch, das Wort Beherbergungsverbot zu artikulieren.« »Gloria in Pronuntitis oder so?« »Ey, Abstand!« »Hah, shit!« »Hahaha »Hahaha Ja, ja, ja.